Felice Farina ist ein italienischer Schauspieler, Drehbuchautor und Filmregisseur. Leben Farina begann als Schauspieler in avantgardistischen Produktionen und verlegte sich dann als Mitarbeiter des Studios von Carlo Venti Miglia auf. Arbeiten im Animationsfilm und Spezialist für optische Effekte. Nach einem Kurzfilm »Il Mentatore«, den er im Jahr 1982 gedreht hatte, legte er sein Langfilmdebüt 1986 mit dem ungewöhnlichen Sembra-Motto »Ma e Solos Veneto« vor, der zu seiner Zeit mit einer Aura des Boshaften recht einflussreich auf die Filmsprache anderer war. Auch Farinas nachfolgende Arbeiten wurden von der Kritik positiv aufgenommen. 1995 präsentierte Farina mit Eleonora Fiorini eine von Umweltschützern begrüßte Auseinandersetzung mit der Ökologie Bidoni, in dem er auch eine der Hauptrollen spielte. Seine anderen Filme der 1990er Jahre drehte er für das italienische Fernsehen, für das er auch mit Bruno Corbucci die Sitcom-Statione di Servizio entwickelt hatte. 1999 führte der Erfolg des mit Cochi Ponsoni und Renato Pozzetto verfilmten Nebbia in Valpadana zu acht Folgefilmen, ebenfalls für das Fernsehen. Farinas Filme im neuen Jahrtausend konnten diesen Erfolg nicht wiederholen. Neben seiner Arbeit an Spielfilmen drehte Farina auch Dokumentationen, arbeitete als Bildhauer und entwickelte technische Lösungen für Kameraprobleme. Filmografie 1986 1986 So gut wie tot 1995 Alles Schwindel 1999 Nebbia in Valpadena machte aus 90%